Schönen guten Morgen und wie geht's euch? Ich habe gestern geschnitten, als Jan trifft, also einen grossen Teil. Heute muss ich den noch ein wenig weiter schneiden am Jan trifft mit Ursulina. Und da habe ich noch die Pressekonferenz geschaut zum weiteren Vorgehen der Lockerungen und da habe ich mir entschlossen, dass wenn die Lockerungen gut rauskommt, dass ich ab mit ihm die Leute anschreibe und frage, ob sie zu einem Jan trifft wollen. Ich habe den einen oder anderen, den wir schon gesagt haben, er käme, wenn es sich etwas beruhigt hat. Und dann schauen wir, dass ich vielleicht Anfang Juni die ersten Gäste wieder einladen und dann auch aufnehmen. Das wäre natürlich mega. Und dann nochmal schauen, ob ich eine kleine Sommerpause mache oder gerade durchziehen. Je nachdem. Was ich auch noch entschieden habe, ist, dass ich das Tagebuch in dieser jetzigen Form noch bis Ende Mai jeden Tag wieder kurz einen Eintrag mache, wie das so aussieht. Und das ist es nachher. Nach dem Mai wird wöchentlich machen. So eine Woche zusammenfasst ich. Das wäre jetzt so der Plan. Und wie haben die Lockerungen wahrgenommen? Und was habt ihr für Gedanken zu diesen Lockerungen? Und ja, jetzt bleibt mir gar nicht mehr zu sagen. Bleibe gesund. Bleibe zu fresh. Und bis morgen. Tschüss zusammen.